Guten Tag, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank für Ihr Interesse am neuesten Podcast des Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr. Vielen Dank, dass Sie auch heute wieder einschalten. Mein Name ist Dennis Werberg. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am ZMSBW im Forschungsbereich 2 Militärgeschichte bis 1945 und werde das heutige Gespräch moderieren. Wir hörten soeben das Lied aus Kümmernis und Dunkelheit, welches auch unter dem Namen Schwarz-Rot-Gold bekannt war. Es entstand während der Märzrevolution 1848 und setzte den Farben der deutschen Demokratiebewegung ein musikalisches Denkmal. Als Revolutionslied wird dieses Symbol deutlich kämpferisch aufgeladen. Pulver ist schwarz, Blut ist rot, golden flackert die Flamme, heißt es im Refrain. Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges, nach dem Ende des Deutschen Kaiserreiches und mit Verabschiedung der Weimarer Reichsverfassung von 1919 wurden die hier besungenen Farben Schwarz-Rot-Gold zu den Nationalfarben der Weimarer Republik. Doch war diese von Anfang an der Bedrohung von Republikfeinden von Links und Rechts, von Kommunisten und Rechtsextremisten ausgesetzt. Im Februar 1924, vor rund 100 Jahren also, riefen überzeugte Republikaner einen besonderen Verband zum Schutz der Republik ins Leben. Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold. Das Lied, welches wir soeben hörten, fand bereits im ersten Liederbuch des Reichsbanners Aufnahme und sollte den Kampfgeist seiner Mitglieder in ihrem Einsatz für die Demokratie stärken. Anlässlich des 100. Geburtstages des Reichsbanners wollen wir heute über diese besondere Organisation, ihr Selbstverständnis und ihr Wirken sprechen. Hierzu darf ich heute Herrn Sebastian Elsbach begrüßen. Er ist Politikwissenschaftler und Historiker, Angehöriger der Forschungsstelle Weimarer Republik an der Universität Jena und dem Forschungskolleg Das demokratische Gewaltmonopol der frühen Weimarer Republik 1918 bis 1924. Er hat viel zur Geschichte der Weimarer Republik, speziell zum Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold geforscht und ist damit für den heutigen Podcast der perfekte Gesprächspartner. Lieber Herr Elsbach, ich freue mich, dass Sie heute hier sind. Vielen Dank für Ihr Erscheinen. Die erste Frage, die sich die Zuhörerinnen und Zuhörer womöglich stellen ist, was hat Sie damals, als Sie in Ihrer Doktorarbeit begonnen haben, bewogen, sich dem Reichsbanner anzunehmen als Organisation? Genau, also vielen Dank nochmal, Herr Werner, auch für die freundliche Einladung. Das Reichsbanner war eigentlich etwas, was mich schon auch im Studium sehr fasziniert hat, aber wo ich nicht so richtig die Gelegenheit hatte, mich damit innerlich näher auseinanderzusetzen. Also in der Masterarbeit beispielsweise habe ich mich mit Ernst Nikisch beschäftigt, also einer der prominenteren Vertreter der konservativen Revolution während der Weimarer Zeit. Nationalmulschewist, also sozusagen ein Links- und ein Rechtsextremist gleichermaßen, also war die gerade Antisemit, Stalinist, aber eben auch Hitlergegner. Und Nikisch, das habe ich dann während der Masterarbeit festgestellt, war auch jemand, der das Reichsbanner sehr stark abgelehnt hat, es immer wieder diffamiert hat als Organisation von wehrhaften Weltbürgern, also er hat das dann abwertend gemeint. Und als Kontrapunkt zu dem ja auch für mich sehr schwierigen Masterarbeitsperiode, also sich mit Nikisch aus einzusetzen, war immer auch eine sehr unangenehme Erfahrung, wollte ich sozusagen in der Dissertation mich mit etwas Schönerem, mit etwas Hose-Tieren beschäftigen. Und so bin ich dann beim Reichsbanner Schwarz und Gold gelandet. Und dann habe ich auch Herrn Reier, also meinen Masterarbeitsbetreuer, darauf angesprochen und er meinte auch, ja, das ist eine ganz fantastische Idee. Die letzte Gesamtdarstellung des Reichsbanners ist von 1966, also in den 60er Jahren entstanden, von Karl Rohr geschrieben, auch Politikwissenschaftler und Historiker. Und es ist dann sozusagen mal wieder Zeit, eine neue Gesamtdarstellung zu schreiben. Natürlich gab es auch da schon, damals schon, 2013, schon viele verdiente Arbeiten, auch zum Reichsbanner, regionalgeschichtlicher Art, aber auch kulturgeschichtlicher Art oder auch speziell von Benjamin Ziemann beispielsweise zum Weltkriegsgedenken, da kommen wir bestimmt noch mal drauf zu sprechen. Aber meine Idee in der Dissertation war es dann, diese Forschungen zusammenzuführen und eben auch auf einer neuen Quellengrundlage mit der Gesamtgeschichte der Rahmen und Blick zu verknüpfen. Ja, vielen Dank für diese Einordnung. Aus meiner Bewertung ist Ihnen das auch wirklich gut gelungen. Ich habe Ihr Buch mit großem Gewinn gelesen. Jetzt einmal erstmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer ein paar Basisinformationen. Man hört jetzt Reichsbanner, Schwarz-Rot-Gold. Das Wort Reich ist ja schon recht negativ besetzt. Banner, ein Begriff aus dem Militärischen und dann dahinter noch das Schwarz-Rot-Gold. Was war denn das Reichsbanner? Ist das mal als Einleitung zur Orientierung für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Also vielleicht erstmal angefangen auch beim Namen. Also das Reichsbanner, wie Sie schon richtig sagten, verweist auf den militärischen Kontext. Und zwar wurde da auch viel Wert in der Reichsbannerorganisation darauf gelegt, dass man ein Geschichtsbild entwickelt hat, was sozusagen bis ins Mittelalter zurückreichte. Das heißt, im Heiligen Römischen Reich gab es auch so eine Art Reichsbanner über Sturmfahnen oder wie es dann hieß. Also ich bin jetzt kein Heiliger oder Mittelalter-Expert, deswegen kann ich das leider nicht genauer erklären. Aber es wurden jedenfalls diese Farben Schwarz-Rot und Gold auch schon für das Heilige Römische Reich in Bezug gesetzt. Dann natürlich über die Befreiungskriege als Trikulore dargestellt, über die 1848er-Revolution, was auch ein sehr, sehr zentraler Bezugspunkt war für das Reichsbanner als Organisation. Und dann natürlich für die November-Revolution als sozusagen Verwirklichung einer demokratischen Staatsidee. Das Reich sozusagen ist eine Republik. Das ist ja auch der erste Satz der Bannerer Reichsverfassung. Und das Reichsbanner als Organisation war vor allem eine Republikschutzorganisation im Selbstverständnis nach. Das heißt, es wollte mit verschiedensten Mitteln kultureller, aber eben auch gewaltsamer Art die Republik verteidigen gegen ihre zahlreichen Feinde. Das Reichsbanner zählte nach konservativen Schätzungen zwischen einer und 1,5 Millionen Mitgliedern. Ganz genaue Zahlenangaben gibt es da nicht. Das ist häufig ein Problem bei diesen Wehrverbänden. Das habe ich in meiner eigenen Forschung auch gemerkt. Aber selbst wenn wir jetzt nur in Anführungsstrichen von einer Millionen Mitgliedern ausgehen, damit war das Reichsbanner der weitaus größte Wehrverband der Weimarer Republik und stellte die Verbände der Rechten, also unter anderem den Stahlherrenbund der Frontsoldaten in den Schatten. Nur die Dachorganisation der deutschen Kriegervereine, der bereits im späten 19. Jahrhundert gegründete Küffhäuserbund war mit zweieinhalb Millionen Mitgliedern Mitte der 1920er Jahre größer, wenn auch nicht vergleichbar stark politisiert. Das muss aus meiner Sicht aber unterstrichen werden. Dann ist es ganz wichtig, dass der größte Wehrverband der Weimarer Republik tatsächlich ausgesprochen republikanisch gesinnt war und sich schützend vor die Republik stellte. Wir bewegen uns jetzt zeitlich in der Nachkriegszeit des Ersten Weltkriegs. Das deutsche Heer im Weltkrieg hatte eine durchschnittliche Personalstärke von 6,3 Millionen Soldaten in jedem Jahr. Ein Teil dieser Weltkriegsteilnehmer organisierte sich nach Kriegsende in einer Reihe von Veteranen, Vereinen und Wehrverbänden. Einer davon war das 1924 gegründete Reichsbanner. Bereits die vollständige Bezeichnung des Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold Bund der republikanischen Kriegsteilnehmer verweist auf die Charakter als Veteranenverband. Was mich jetzt besonders interessiert, Herr Elsbach, ist die Frage, welche Rolle denn die Teilnahme am Ersten Weltkrieg für das Selbstverständnis als Kriegsteilnehmer für das Reichsbanner hatte? Also das Weltkriegserlebnis war natürlich für alle Wehrverbände, auch für den Stahlhelm, aber eben auch für das Reichsbanner von ganz, ganz zentraler Bedeutung. Für das Reichsbanner speziell bedeutete der Weltkrieg die Lehre, dass die Demokratisierung des Deutschen Reiches sozusagen eine Lebensvoraussetzung der Nation ist. Das heißt, ohne eine Demokratisierung, so die Annahme im Reichsbanner, wird die Reichseinheit zerschlagen, die Einheit von Volk und Regierung wird gestört, vernichtet und es wird auswendigen Feinden des Deutschen Reiches eben ermöglicht, Teile des Reiches abzuspalten, wie es dann ja auch Anfang der 20er Jahre versucht worden ist oder auch nach dem Versailles-Versaar umgesetzt worden ist. Und das Reichsbanner hat sich eben immer auch in so einem nationalrepublikanischen Sinne geäußert. Das heißt, es hat immer betont, dass Bestand der Nation und Bestand des Reiches und Bestand der Republik alles ein oder dasselbe mehr oder weniger sind. Das heißt, dass das Reich als Diktatur oder wie es damals eben noch nicht als Begriff, sozusagen als dauerhafter Begriff der politikwissenschaftlichen Debatte zum Beispiel existierte, das kann erst später, aber als Militärherrschaft, als Autokratie und was man dann auch für Synonyme verwendet hat, als solche Form autoritärer Herrschaft würde das Reich nicht bestehen können. Und ich denke, auch die Geschichte hat dem Reichsbanner ganz eindeutig Recht gegeben. Also der Zweite Weltkrieg und die Zeit des Nationalsozialismus haben natürlich die Reichseinheit zerstört. Sie haben unschätzbare Kultur und Wirtschaftsgüter vernichtet, Tausende und Millionen von Menschenleben ebenso vernichtet. Also ich denke, diese Sichtweise heutzutage auf das Reichsbanner als gescheiterte Organisation muss insofern korrigiert werden, als dass ihre Gegner, also ihre damaligen Gegner natürlich noch viel mehr gescheitert sind mit dem, was sie versucht haben zu erreichen. Ja, also ich hatte eher nach dem Fronterlebnis gefragt. Sie haben ja nochmal unterstrichen, dass das Fronterlebnis ganz wichtig war für die Veteranenverbände, allgemein für ihr Selbstverständnis. Beim Stahlhelm weiß ich es eben ganz genau, dass das sogenannte Fronterlebnis so eine Art Erweckungserlebnis war für den, in Anführungsstrichen, nationalen Gedanken. Es führte zu einer Glorifizierung des Weltkrieges und zu der Forderung, dass Veteranen in Staat und Gesellschaft besondere Privilegien genießen sollten. Die geschmücken dann auch in der V1-Publizistik das Fronterlebnis in Anführungszeichen entsprechend aus. Aber gab es dann beim Reichsbanner so etwas wie, also gab es ein Fronterlebnis des Reichsbanners oder bestand der Bezug zum Ersten Weltkrieg in erster Linie darin, dass man sagt, das Ergebnis des Weltkrieges und der Niederlage ist die Republik. Also gibt es quasi nur eine negative Bezugnahme auf den Krieg oder auch eine anders geartete, positive Bezugnahme auf den Ersten Weltkrieg? Das ist sehr interessant zu beobachten, dass beides existieren. Also es wird in der Reichsbanner-Publizistik sehr viel militärhistorische Kritik geübt, aber eben auch politische Kritik an der damaligen Reichsführung, die natürlich eng mit dem Militär verwoben war. Das wird in zahlreichen Artikeln aufgearbeitet. Das wird dann der Sinn von diesen und jeden Schlachten und Offensiven in Frage gestellt. Aber es wird eben gleichzeitig immer betont, wie heldenhaft der Einsatz der Soldaten auf dem taktischen Ebene gewesen sei, wie wichtig das Kameradschaftserlebnis gewesen sei. Und dann haben sie auch entsprechende autobiografische Äußerungen. Also zum Beispiel Erich Kuttner, Vorwärtsredakteur, Sozialdemokrat, aber eben auch Gründer des Reichsbundes der Kriegsbeschädigten. Er hat zum Beispiel 1916 bereits ein autobiografisches Kriegserlebnis publiziert. Von dort marschierten sie. Das war dann eine Aussendation mit der Besetzung von Vilnius und wo er das sozusagen seinen Kameraden der Zeit widmet. Und ich hatte auch ein kurzes Zitat daraus. Und das Zitat von Kuttner lautete 1916 geschrieben, also noch während des Ersten Weltkrieges, selbst die gewöhnlichsten Leistungen der Infanterie sind ungeheuerlich. Also da haben sie sozusagen ganz direkt nicht eine Kulifizierung des Krieges, aber auf jeden Fall einen sehr hohen Respekt für soldatische Leistungen, die man eben auch bei ganz anderen Figuren des Reichsbahners auch sehen kann. Also nicht nur Kuttner natürlich, auch Karl Röltemann, der zweite Bundesvorsitzende, war sehr stark davon beeindruckt. Julius Leber oder Theodor Haubach, die dann später im Widerstand gegen den NS auch wichtig geworden sind, waren auch damals schon Reichsbahne-Funktionäre und haben sich auch in der ähnlichen Form positiv auf die Kameradschaftlichkeit bezogen. Deswegen ja auch die Organisation des Reichsbahners als Veteranen oder Kriegsteilnehmerverband eingeleitet und fortgeführt, aber immer in starker Abgrenzung zu der politisch-militärischen Führungsebene, die eben sehr kritisiert wird. Und diese Kritik, das ist eben dann das Interessante und Spannende, ist natürlich öffentlich geäußert worden. Und öffentliche Kritik an solchen Dingen zu äußern, ist natürlich im damaligen Selbstverständnis der Offiziere etwas sehr, sehr Ungewöhnliches, um es mal ganz vorsichtig zu sagen, gewesen. Also um nicht zu sagen, es ist etwas Verachtenswertes fast schon gewesen. Also Berthold von Daimling auch ein wichtiger Reichsbahner-Redner, für die DDP auch politisch aktiv, und Polymeritträger. Der wurde ja von seinen Offizierskameraden ausgeschlossen, also geächtet in sozialer Weise. Und der Hintergrund dessen ist eben, dass dieses öffentliche Kritikäußern etwas sehr Demokratisches ist, auch wichtig für die demokratische Kontrolle von Streitkräften, worauf in Weißbach natürlich auch mehr Wert gelegt wurde, was man als Ziel sozusagen formuliert hat. Aber es ist im Selbstverständnis der Offiziere etwas gewesen, was man auf keinen Fall an die Öffentlichkeit tragen darf. Dafür hört der Feind mit und dann stört man sozusagen den Kameradschafts- und den Chorgeist, wenn man so etwas tut. Also natürlich soll man kritisieren, aber soll man eben intern machen. Und dieses Element, dass man eben diese Kritik nach außen trägt im Reichsbanner, durch die Publizistik, aber eben auch durch die Reden, das ist etwas, wo es ein sehr hohes Konfliktpotenzial zur Reichswehr oder auch dann zu erblierten Offiziersverbänden gab. Also ich habe auch mit Christian Lübke zusammen ein Buch über republikanische Offiziere in der Anfangszeit war im Blick publiziert, wo wir eben genau das versuchen nachzuspüren, was ist sozusagen das Wirken dieser Offiziere, die es eben sehr zahlreich gab und was war dann die Gegenreaktion von eher traditionalistischen Offizieren und aus welchen Gründen wurden dann republikanische Offiziere letztendlich aus den Heereseinrichtungen oder auf Offiziersverbänden auch ausgedrängt mit der Zeit. Nochmal als kleine Ergänzung dazu, ich habe ja, wie Sie wissen, viel mit dem Stahlhelm Bund der Frontsoldaten auseinandergesetzt und da sind in der Publizistik klar Versuche erkennbar, dem Reichsbanner die soldatische Qualität abzusprechen und damit auch das Recht, sich öffentlich über den Krieg zu äußern, wie er denn gewesen ist. Und das äußert sich am sichtbarsten darin, dass der Stahlhelm das Reichsbanner als Papphelm bezeichnet oder auch mal als Holzhelm, als Blechhelm, dem dann der überlegene Stahlhelm gegenübergestellt wird, um die für sich in Anspruch genommene soldatische Überlegenheit zu demonstrieren. Gleichzeitig verweist das aber auch auf strukturelle Ähnlichkeiten. Es sind beides Massenorganisationen ehemaliger Soldaten aus dem Weltkrieg, auch wenn die beiden natürlich ein tiefer ideologischer Graben trennte. Wie hat denn die Reichsbannerpresse den Stahlhelm gesehen und beschrieben? Das war ja immerhin der größte Konkurrent so auf der außerparlamentarischen Bühne bis zum Ende der 1920er Jahre. Also wie hat das Reichsbanner den Stahlhelm gesehen? Genau. Also in den 20er Jahren, wie Sie richtig sagen, waren eben nicht SA und Kommunisten sozusagen die Hauptgegner auf der Straße, sondern es waren eben Reichsbanner und Stahlhelm. Und SA und Kommunisten sind erst im Zuge der Weltwirtschaftskrise Anfang der 30er Jahre sozusagen öffentlich in den Fokus gerückt. Was das Reichsbanner dann über den Stahlhelm gedaukt hat, also da habe ich ein kleines Zitat, aber das ist jetzt nicht länger. Es ist dann eigentlich nur ein Verweis. Also es gab dann einen Artikel von Ludwig Bergstresser, der auch hier in Potsdam auch als Professor aufgewirkt hat, Reichsbanner-Mitglied eben, der in einer Feststrift des Potsdamer Reichsbanners, also das gab es selbstverständlich auch in Potsdam, geschrieben hat über das Pappschwert, genau. Also statt Papphelm hat man dann das Pappschwert und das ist das Pappschwert, also der Stahlhelm. Das sind Leute, die in revanchistischer Manier mit dem Pappschwert herumwedeln und dadurch eigentlich eine Machtposition oder eine Machtfülle suggerieren, die sie überhaupt nicht haben. Also es ist sozusagen eine Revanche gelöst im Zuge der Niederlage im Ersten Weltkrieg, was man überhaupt nicht erfüllen kann und was, um mit Bergstaff das Wort zu sagen, dann auch fast schon hochverrätische Qualitäten annimmt, weil man dadurch natürlich dann den nach wie vor als Feindmächten wahrgenommenen ausländischen Kräfte in Frankreich voran natürlich, also die Versöhnung mit Frankreich ist natürlich ein Kinderschuhen damals noch gewesen. Denen gibt man dann, also den Monarchisten in Frankreich gibt man dann natürlich ihrerseits Munition mit der Stahlhelm-Annexation. Und das Reichsbanner wollte eben, indem er es sozusagen dem Stahlhelm konfrontiert hat mit diesen Problemen, auch die Kriegsgefahren mindern. Wir haben ja vor allem jetzt über die Bezüge des Reichsbanners auf die Vergangenheit, so nämlich zum Ersten Weltkrieg gesprochen. Lassen Sie uns jetzt mal über die praktische Arbeit des Verbandes reden. Also ich spreche jetzt von der Gegenwart der 1920er und der frühen 1930er Jahre. Ich stelle mir jetzt vor, dass sich 1924 aller Orten republikanisch gesinnte Veteranen unter den Farben Schwarz-Rot-Gold versammeln, Vereinsstrukturen aufbauen und organisieren, Ortsgruppen bilden, Vereinstreffen abhalten und so weiter und so fort. Aber wie sah denn die praktische Arbeit des Reichsbanners vor Ort jetzt aus? Was waren die wichtigsten Felder der Vereinstätigkeit? Also die Vereinsarbeit an sich war natürlich von Ort zu Ort insofern auch unterschiedlich, als dass es natürlich, wie gesagt, ein Verein war, also eine freiwillige Vereinigung. Die Leute wurden nicht bezahlt dafür, dass sie da aktiv geworden sind. Ich habe das auch manchmal gehört. Im Rahmen von meiner Forschung, da wurde dann mir vorbewerfen, aha, das Reichsbanner wäre nur deswegen so stark, weil die besser bezahlt worden seien als die SA-Leute. Also das ist natürlich überhaupt nicht der Fall gewesen. Also die Reichsbanner mussten natürlich ihre Freizeit und ihr Privatvermögen dafür einsetzen. Und dadurch, dass sie auch meistens aus ärmeren Schichten der Bevölkerung kamen, war das auch in einem beträchtlichen Aufwand, der dann betrieben werden musste. Was dann konkret gemacht wurde, hing auf der Ortsvereins eben natürlich von den Personen ab. Also wenn zum Beispiel es viele junge Leute gab, die gern Handball spielen wollten, dann wurde das im Reichsbahn auch ermöglicht. Wenn es viele Leute gab aus dem Kriegsteilnehmer-Milieu, die dann eben Gedenkfeiern machen wollten für den Ersten Weltkrieg oder auch für vergangenere Konflikte, war das eben auch möglich. Und auf der Bundes- oder auf der GAU-Ebene, also auf der mittleren Ebene sozusagen des Vereinsleben, ist das natürlich zusammengeflossen. Also da hat man dann sehr viele verschiedene Ansätze, die alle demselben Ziel des Schutzes der Republik dienen sollen. Ein gemeinsamer Referenzpunkt ist eben dann die schwarz-rot-goldene Fahne. Das ist deswegen wichtig, weil schwarz-rot-gold natürlich in der Wanderer-Publik sehr stark angegriffen wurde, nicht nur von den Kommunisten, sondern auch von den Rechtsradikalen, insbesondere die das dann als Judenfahne, schwarz-rot-senf und so weiter bezeichnet haben. Und schwarz-rot-gold konnte sozusagen nicht in der Öffentlichkeit kritiklos gezeigt werden. Und die Leistung des Reichspanners ist eben auch gewesen, durch diese Massenaufmärsche, die zum Beispiel anlässig der Verfassungsfeindlichkeiten des Reichspanners, aber auch zu anderen Gelegenheiten und im Prinzip bei jeder Form des Vereinslebens gezeigt wurden, also schwarz-rot-gold, wurde das in den öffentlichen Raum sehr stark hineingetragen. Und das hat natürlich auch zu politischen Anfeindungen geführt, hat auch dann insofern eine gewaltsänder Komponente, als dass, wenn man eine Veranstaltung macht, die dann systematisch gestört wird, eben zum Beispiel von Stahlheilmitgliedern oder von Kommunisten, man natürlich auch einen Saalschutz aufbauen muss. Der Saalschutz muss bemannt werden, die Leute müssen ausgebildet werden. Sie haben dargestellt, dass das Reichspanner einerseits ein Gewaltakteur war, es stellte den Saalschutz für Veranstaltungen republikanischer Parteien. Andererseits hielt es aber die Farben schwarz-rot-gold in der Öffentlichkeit hoch, versuchte diesen Farben auch in der Fläche zum Durchbruch zu verhelfen und auch in gewisser Weise Demokratie und Republik auch vor Ort erlebbar zu machen, sozusagen durch die Verbreitung der republikanischen Symbole. Wir haben es bei dem Reichspanner, also mit einer republikanischen Massenorganisation, kriegserfahrener ehemaliger Soldaten zu tun. Hier drängt sich für unsere Hörerinnen und Hörer sehr wahrscheinlich die Frage nach dem Verhältnis des Reichspanners zu den Streitkräften der Weimarer Republik zur Reichswehr auf. Hierzu würde ich gerne mit Ihnen kurz in die Zeit vor der Gründung des Reichspanners in die Jahre 1919 und 1920 zurückspringen. Nach dem Waffenstillstand begann die Rückführung des deutschen Feldheeres aus den besetzten Gebieten. Viele Verbände lösten sich auf, sobald sie ihre Garnisionen erreichten. Gleichzeitig brachen in Deutschland Aufstände und innere Unruhen los. Um die innere Sicherheit und Ordnung wiederherzustellen, griff die Übergangsregierung auf freiwilligen Verbände zurück. Aus diesen Regierungstruppen sollte schließlich die Reichswehr aufgebaut werden. Es war die Absicht des ersten Chefs der Heeresleitung, Walter Reinhardt, Zitat, der jungen Republik ein junges republikanisches Heer zu schenken, Zitat Ende. Republikanisch gesinnte Offiziere, aber auch Unteroffiziere und Mannschaften gab es durchaus und die Gründung des Reichsbahns ist ja vielleicht der beste Beleg dafür. Aber warum haben es diese Leute denn mehrheitlich nicht in die Reichswehr hineingeschafft? Was waren da so die innenpolitischen Entwicklungen, die dazu geführt haben? Man sollte es ja annehmen können. Wir haben jetzt hier also die Absichtserklärung. Wir wollen der jungen Republik ein junges republikanisches Heer schenken und die Offiziere, die Soldaten, die noch am ehesten für die Republik eintreten, die sind dann plötzlich, da auf dem das 100.000 Mann Heer gebildet war 1921 nicht mehr da und organisieren sich außerhalb der Streitkräfte. Könnten Sie kurz darauf noch mal eingehen, wie es dazu gekommen ist? Im Kontext des Januaraufstandes 1919 gab es von dem von mir bescheuertens genannten Erich Kuttner die direkte und spontane Initiative, auch eine Art Freikorps zu gründen. Das war das Regiment Reistag unter Führung auch von Kuttner und von anderen republikanisch gesinnten Offizieren. Die Mitglieder dieses ja letztendlich Freikorps, was in Berlin aktiv war, waren vor allem Sozialdemokraten, die dann auch das Reistagsgebäude gesichert haben. Deswegen auch der Name Regiment Reistag. Aus dem Regiment Reistag ist dann später der Republikanische Führerbund hervorgegangen. Und der Führerbund hat sozusagen auf Reichsebene und auch auf der Landesebene, das gab verschiedene Unterorganisationen auch außerhalb Berlins natürlich, hat versucht, dieses Potenzial, was es gab, zu bündeln. Ist dann aber sehr, sehr schnell auf eine sozusagen eine eisene Wand gestoßen, die aus Reichsverminister Noske einerseits bestand und auch dem informierten FUZIERS-Korps, die eben genau denselben Standpunkt vertreten haben, dass ein Herzensbekenntnis zum Publikum soll nicht Teil des Beratens, Soldaten oder FUZIERS-Berufes sein. Also das war eine explizite Vorgabe von oben. Warum war das eine explizite Vorgabe? Weil dir sagt wurde von Noske, auch in seiner Autobiografie zum Beispiel, dass... Sozialdemokrat. Sozialdemokrat, genau. Ja, dass er als Sozialdemokrat es unbedingt ablehnen müsste, dass Sozialdemokraten oder republikanische Offiziere in die Reichswehr kommen würden, denn das müssten, so seine Logik, ausnahmslos Opportunisten sein. Und Opportunisten wolle er nicht, sondern er wolle die Fachleute. Er wolle die professionellen Soldaten, die auch das tun, was die republikanischen Politiker von ihm verlangen. Er erwartet kein inneres Bekenntnis von ihnen, weil er natürlich weiß, dass sie in einem Kaisersatz sozialisiert worden seien und er sozusagen nicht diesen Wandel überzeugend findet. Und dieser Wandel, der hat sich eben im Ersten Weltkrieg abgespielt. Und Noske natürlich hat den Weltkrieg nicht als Soldat oder Offizier mitgemacht. Das heißt, er hat dann einen definitiven Wissensnachteil gegenüber Erich Kuttner beispielsweise, aber auch gegenüber Julius Leber und verschiedensten anderen Offizieren, die dann im Ersten Weltkrieg erkannt haben, ohne Demokratie, ohne republikanische Staatsform. Können wir auch die Wehrkraft, die Deutschland besitzt, nicht zu unseren Gunsten einsetzen? Das heißt, wir werden den Demokratien des Westens immer unterlegen sein, sofern wir nicht eben vom Gegner lernen. So kann man das vielleicht formulieren. Das sind eben Ideen, die schon seit der Französischen Revolution kursiert sind und die eben im 19. Jahrhundert in Preußen explizit ja auch abgelehnt wurden, auch Teil der Offiziersausbildung waren, dass man das ablehnen muss. Solche Ideen, dass der Staatsbürger und der Soldat ganz getrennte Welten sein sollen. Dass man diese Welten zusammenführen möchte, das ist eben auch Teil des Fronterlebnisses gewesen. Also dieses gemeinsame Liegen im Schützengraben von Offizier und Soldat ist natürlich auch etwas, was nicht nur die Standesgrenzen tendenziell nivelliert hat. Es war eben auch etwas, was, wie Wilhelm Gröher das dann gesagt hat, also eine demokratische Welle dann hervorruft. Also es gab durchaus auch Kräfte innerhalb des Offizierskorps oder auch des Reichswehrministeriums, die so etwas prinzipiell gewollt haben. Aber eben immer auch mit dem Hintergedanken, was machen wir dann mit den Rechtsextremen? Die gehören ja auch zur Volksgemeinschaft sozusagen. Also Kurt von Schleicher beispielsweise ist da vielleicht der prominenteste Vertreter, der dann sagt, gut, wir möchten ja mit den Republikanern im Reichswanderer zusammenarbeiten, aber wir möchten gleichzeitig auch mit der SA und den Nationalen Bundesverlusten zusammenarbeiten. Und dass das eben beides gleichzeitig nicht geht, wenn die Leute sich auf der Straße gegenseitig erschießen, das ist, denke ich, offensichtlich. Aber das ist dann nicht mit der entschiedenen Konsequenz auch im Reichswehrministerium durchdacht worden. Also das Verhältnis von republikanischen Offizieren oder eben auch Mannschaften und der staatlichen Reichswehr oder auch der Vorlauforganisation, das ist sehr komplex, auch sehr vielschichtig. Ich will es mal versuchen, insofern zusammenzufassen, als was die Zielsetzung war der republikanischen Soldaten jetzt mal im weiteren Sinne gesagt. Und zwar die Zielvorstellung war tatsächlich etwas, was schon in der französischen Revolution es gab, nämlich das Ideal des Bürgersoldaten. Das heißt, es ist ein Soldat, der deswegen kämpft, weil er eben sich mit der Nation und mit der Republik in dem Fall auch solidarisiert und identifiziert auf einer ganz persönlichen Ebene. Das heißt, es ist sozusagen das Vorläufer von dem heutigen Ideal des Schadsbürgers in Uniform. Das gab es eben auch schon in der Weimarer Zeit. Das Problem aber innerhalb der Streitkräfte war die Frontstellung. Das heißt, der Versailles-Vertrag hat ja die Reichswehr auf 100.000 Mann begrenzt. Das heißt, sie war für den Krieg mit auswärtigen Mächten eigentlich kaum zu gebrauchen. Hat deswegen sich auf außerparlamentarische und vor allem eben auch rechtsradikale Strukturen auch wie die Wehrverbände im Stahlhelm gestützt oder meinte, sich stützen zu müssen. Und das Reichsbanner als Gründungsinitiative war eben auch ein Versuch, solche Kooperationen zwischen Reichswehr und rechten Wehrverbänden eben vorzubeugen oder unnötig zu machen. Da gab es auch durchaus ganz Kleinteile Kooperationen oder Kooperationsversuche, sagen wir mal besser, zwischen Wilhelm Gröner, dem späteren Reichswehrminister, und Otto Hörsing auf der einen Seite, die dann auch, das löst sich auch durch Telefonate, deren Inhalt zwar nicht bekannt ist, belegen, aber die es auf jeden Fall sehr häufig gab, aber eben auch sehr längere Briefe, die da ausgetauscht wurden. Inhaltlich in diesen Briefen ging es immer auch um die Frage, dass oder auf dem Wunsch des Reichsbanners, von der Reichswehrseite offiziell als Kooperationspartner anerkannt zu werden. Das heißt, man hat Reichswehroffiziere eingeladen, doch vor Reichsbannerversammlungen zu sprechen, in einen Austausch zu kommen. Und eben dieser Punkt, diese offizielle Anerkennung wurde verweigert mit dem Hinblick auf diese unpolitische Reichswehr. Ja, das ist halt das perfide an der Geschichte. Also die Reichswehr hat sich gerne als unpolitisch bezeichnet. Das Reichsbanner als parteipolitisch. Man hat vor allem die Nähe zur SPD herausgestrichen oder sogar gesagt, dass die Republik, für die ja das Reichsbanner eintrat, die Entscheidung für die Republik schon eine politische Entscheidung sei. Und man sich deswegen vom Reichsbanner distanzieren müsse, sozusagen. Aber bei anderen Wehrverbänden, wie dem Stahlheim insbesondere, hat man keine Berührungsängste. Wobei die natürlich auch ein politisches Programm haben. Aber denen wurde eben noch zugestanden, dass sie überparteilich seien, so wie die Reichswehr. Also dass sie eigentlich keine Parteipolitik im eigentlichen Sinne betreiben, was natürlich Unsinn ist. Genau. Und da hat eben das Reichsbanner dann auch angeknüpft und gesagt, wir sind doch die eigentlich überparteilichen Republikschützer. Das heißt, im Reichsbanner waren explizit nicht nur Sozialdemokraten willkommen. Also es war keine SPD-Parteiarmee, wie es auch manchmal behauptet wird oder wurde. Sondern es war eine Organisation, wo linksliberale aus der DDP genauso willkommen waren wie Zentrumsleute. Da war dann eben aber das doppelte Problem, dass es nicht ganz so viele Linksliberale gab, wie heutzutage zum Beispiel. Also die DDP war eine relativ kleine Partei mit einem auch kleinen organisatorischen Unterbau. Aber dieser Unterbau war eigentlich zu einem sehr großen Teil auch im Reichsbanner aktiv. Also zu sagen, dass Linksliberalismus und Reichsbanner nichts zu tun hätten, das ist auch schlichtweg falsch. Und bei der Zentrumspartei war es so, dass Zentrumspartei eine rein katholische Partei war. Also auch Volksparteicharakter hatte für diese Gruppe oder Minderheit der Bevölkerung, aber als Volkspartei eben auch verschiedene Flügeln. Und der rechte Zentrumsflügel, zum Beispiel Papen als ganz extremen Außenleiter innerhalb des Zentrums, aber eben auch Konrad Adenauer, die wollten natürlich vom Reichsbanner nichts wissen, da die Kooperation mit Sozialdemokraten vom rechten Zentrumsflügel grundsätzlich auch abgelehnt wurden. Ich würde nun gerne zu unserem dritten Thema übergehen, das da überschrieben ist mit das Reichsbanner und das Ende der Weimarer Demokratie. Heute wissen wir, dass das Reichsbanner die Republik von Weimar trotz seiner zahlenmäßigen Stärke und trotz seiner Aktivität nicht bewahren konnte. Die Reichsregierungen ab 1930 regierten ohne parlamentarische Mehrheit. Die Reichskanzler waren immer mehr von der Gunst des Reichspräsidenten Hindenburg abhängig, der das Ziel einer autoritären Umgestaltung des politischen Systems verfolgte. Seit dem Rechtsruck des Kabinetts Brüning im Herbst 1931 wurden die Handlungsspielräume der prorepublikanischen Kräfte immer kleiner. Das galt auch für das Reichsbanner. Wie reagierten das Reichsbanner und andere republikanische Organisationen auf diese Entwicklung? Also speziell Anfang der 30er Jahre hat sich natürlich die politische Gewalt in Deutschland nochmal sehr rasant verschärft. Also während es in den 20er Jahren ungefähr, also Mitte der 20er Jahre bis Ende der 20er Jahre, ungefähr zwei Dutzend Tote bei möglichen Umsetzungen gab, waren es am Anfang der 30er Jahre schon bis zu 100 oder 200 Tote pro Jahr. Noch dazu gerechnet die tausend von Verletzten, die eben diese ständigen Ausländerungen auf der Straße auch gefordert haben. Die Wehrverbände eben als Akteure darf man natürlich nicht gleichsetzen. Wir haben es auch, denke ich, jetzt schon ausreichend integriert, dass natürlich das Reichsbanner als staatstragende Organisation natürlich sich in einer defensiven Position wiedergefunden hat. Das heißt, es wollte die Reichsverfassung schützen und sie wollte, also Organisationen die Reichsverfassung schützen vor Nationalsozialisten speziell, aber auch natürlich den Kommunisten. Also im Zuge der Verschärfung des innerpolitischen Kampfes, auch zwischen den Wehrverbänden, hat dann auch das Reichsbanner reagiert auf die ansteigende SA-Gewalt. Und dann zum 22. Februar 1931 dann, die sogenannten Schutzformationen ins Leben gerufen. Das heißt, die Schutzformationen waren eine selbst, eine Eliteorganisation, aber was es eigentlich war, war die Zusammenfassung des aktiven Teils, des jugendlichen Teils des Reichsbanners. Also Leute, die Anfang 20 bis Mitte 30 ungefähr waren, die eben sich bei solchen körperlichen Ansetzungen dann besser bewähren konnten als mit 40er oder eben Jugendliche. Logischerweise, die eben dann auch eine relativ einheitliche Ausbildung. Es gab auch eine Führerschule, speziell des Reichsbanners in Magdeburg, durchgebt haben. Also in diesen Schulungskursen wurden dann Sport, Kleinkaliber schießen, aber eben auch rechtliche Fragen geklärt. Also was ist Waffenrecht, Versammlungsrecht? Was sind meine Pflichten gegenüber der Polizei? Und das war sozusagen die Idee der Schufo, eine Art inoffizielle Schutzfunktion für die Zivilgesellschaft zu leisten, was die Polizei, die ja Ländersache damals war, nicht leisten konnte. Auch aufgrund der im Vergleich zu heute relativ kleinen Mannstärke der Polizei damals. Und das Reichsbanner hat sich eigentlich schon auch seit der Gründung als eine Art Hilfspolizei im Wartestand verstanden. Das bedeutet, bereits in der Reichsbannersatzung stand drin, dass wenn es wieder zu einem Putsch oder zu einem Aufstand kommt, kann die Polizei oder kann der Innenminister bei uns anrufen und sagen, ich brauche so und so viele tausend Mann an Freiwilligen, mit denen ich dann die regulären Polizeikräfte verstärken kann. Das heißt, man hat eben genau das dann angeboten. Karl Silbering hat ihm immer, als postnischer Innenminister SPD auch, hat ihm immer relativ skeptisch gegenüber gestanden, eben weil dieses erwähnte Problem der Überparteilichkeit oder Unparteilichkeit eben nicht unumstritten war. Das heißt, von rechts wurde natürlich sehr stark kritisiert, dass Reichsbanner sich so eine Art Hilfspolizei-Funktion versucht anzueignen oder dass eben auch die Schutzformationen gegründet wurden. Das Problem war aber eben, dass ohne so eine Schutzfunktion, die die Schutzformationen eben ausgeführt haben, auch zivilschaftliches Leben Anfang der 30 Jahre gar nicht mehr möglich gewesen wäre. Also es hätte dann keine SPD oder DDP oder auch zum Teil eben Zentrumsparteiversammlungen mehr geben können, wenn es eben nicht gewährleistet ist, dass halbwegs wenigstens ein sicherer Ablauf gewährleistet ist. Also Redner müssen ja auch anreisen, die Demonstrationen müssen auch geschützt werden. All das hat eben damals Reichsbanner gemacht. Also es ist nicht so wie heute, wo man auf die Straße guckt und dann sorgt sozusagen, regelt die Polizei den Verkehr und die Demonstrationen müssen einfach nur entlanglaufen im Leben. Nein, nein, das hat damals alles die Zivilisation allein gemacht. Mit den entsprechenden Konsequenzen eben auch. Also dieser Staat damals hat auch einfach anders funktioniert. Und diese Teilmilitarisierung im Form der Futsformation, die sich dann im Reichsbanner Anfang der 30er Jahre eben ergeben hat, war dann auch eben eine Antwort darauf, dass der Staat einfach diesen Schutz der Demokratie nicht erfüllen konnte oder ihn vernachlässigt hat in sträflicher Weise. Ja, danke für diese Ausführung. Ich denke, das ist sehr schön klar geworden. Jetzt kommt im Sommer 1932 ja die eigentliche Bewährungsprobe für diese teilmilitarisierten Formationen des Reichsbanners. Ich spreche jetzt hier von dem sogenannten Preußenschlag, das ist auch ein problematischer Begriff, zur Erinnerung für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Die preußische Landesregierung setzte sich seit den Anfängen der Republik aus den Parteien der Weimarer Koalition, SPD, DDP und dem katholischen Zentrum zusammen und war unter dem Ministerpräsidenten Otto Braun sozialdemokratisch geführt. Nach der Landtagswahl 1932, bei der die NSDAP stärkste Kraft wurde, blieb die Regierung noch geschäftsführend im Amt. Durch eine Notverordnung des Reichspräsidenten wurde dem Reichskanzler Franz von Papen als Reichskommissar für Preußen Deutschland am 20. Juli 1932 die Regierungsgeschäfte für den größten deutschen Flächenstaat übertragen. Das wäre doch jetzt eigentlich die Situation gewesen, auf die sich das Reichsbanner vorbereitet hat mit seiner Teilmilitarisierung. Wie hat das Reichsbanner darauf reagiert, was wären denn die Möglichkeiten gewesen? Warum hat das Reichsbanner hier nicht eingegriffen? Das haben Sie ganz richtig formuliert, das war eben ein Putsch von oben. Das Reichsbanner hat sich aber eben nur auf einen Putsch von unten vorbereitet. Das war das grundsätzliche Problem. Es hat sich niemals versucht, als Gegensatz zu den Staatsorganen zu positionieren. Das heißt, den Streitkräften Reichswehr, aber eben auch den Landespolizeien, den wollte man immer als Hilfspolizei oder eben auch im Extremfall als Hilfstruppe zur Verfügung stehen. Sie wollten aus eigener Kraft heraus nicht gegen die regulären Staatsorgane vorgehen, die ja eben auch Staatsorgane der Republik sind. Also das wäre sozusagen ein massiver Bruch der Selbstverständnis des Reichsbanners auch gewesen, gegen die Republik vorzugehen, die man ja eigentlich schützen möchte. Das ist eben das ganze Problem auch des Preußenschlages, dass hier von den führenden Politikern von oben die Verfassungsordnung demontiert wird. Also das muss man eben auch mal ganz klar sagen. Der Preußenschlag war nicht verfassungsgemäß. Der Artikel 48, der dem Reichspräsidenten sehr viel Macht gegeben hat, hat eben das Vorgehen gegen Preußen nicht gedeckt. Also es hätte ganz anders ausschauen müssen, wenn Hindenburg und Papen verfassungsmäßig hätten vorgehen wollen. Das haben sie aber eben nicht gewollt, sondern sie haben ganz bewusst die Reichsregierung Braun und Silbering als Innenminister damals auch überrumpelt. Und das Reichsbanner, klar, theoretisch hätte es eingesetzt werden können als Hilfspolizei für die preußische Landespolizei. Aber dann hätten wir eben ganz klar auch eine Bürgerkriegssituation wie Anfang der 20er Jahre wieder gehabt. Das heißt, es hätte die sehr, sehr unangenehme Situation entstehen müssen eigentlich, dass Polizeikräfte gegen Reichswehrkräfte in irgendeiner Form schießen müssen. Im Extremfall. Ja, so war das Reichsbanner in dieser Situation im Sommer 1932 ja mehr oder weniger zur Passivität verdammt. Die konnte quasi von außen nur zuschauen sozusagen, zwar protestieren, aber jetzt nicht wirklich tätig werden, um diesen Staatsstreich zu verhindern oder rückgängig zu machen. Genau, da würde ich gerne einhaken, denn das stimmt. Es konnte den sozusagen autoritären Umbau von oben des Staates, konnte das Reichsbanner nicht aufhalten. Was es aber machen konnte, war auch gegen SA-Gewalt vor allem auf der Basisebene sozusagen auch aktiv zu werden. Das hat man auch nach dem Preußenschlag gemacht. Also mein Hauptbeispiel ist da immer der sogenannte Königsberger SA-Putsch, also Anfang August 1932, wo eben versucht wird, auf der lokalen Ebene die Macht zu ergreifen von Seiten der SA und der NSDAP. Königsberg, Ostpreußen, damals eine Sklave außerhalb des Deutschen Reiches, keine direkte Landverbindung zum übrigen Teil des Reiches. Und warum dieser Putsch der SA misslungen ist, möchte ich behaupten, ist natürlich auch mit der Gegenwehr des Reichsbanners zu erklären, die eben sehr schnell ihre Alarmformation aktiviert haben, den Personenobjektschutz intensiviert haben, noch in der Nacht als der Putsch gestartet ist und die eben auch die lokalen Polizeikräfte sehr stark unterstützt haben, sodass der Putsch nach der SA nach ein paar Tagen auch schon in sich zusammengebrochen ist. Es gab dann natürlich eine ganze Menge Tote und Verletzte, aber es ist nicht dazu gekommen, dass die SA oder NSDAP in einem Teil des Reiches gewaltsam die Macht übernehmen konnten. Ja, auf dieser unteren Ebene funktioniert quasi der Republikschutz noch, aber sobald dann quasi die Gewalt von oben kommt, also von den Institutionen des Reiches, vom Reichspräsidenten, vom Reichskanzleramt, dem steht das Reichsbannerrecht hilflos gegenüber sozusagen. Springen wir ein halbes Jahr in die Zukunft. Am 30. Januar 1933 folgt die Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler. Sein Kabinett setzt sich aus drei nationalsozialistischen Ministern, Angehörigen der Deutschen Nationalen Volkspartei und Parteivosen Konservativen zusammen. Zur Letzteren gehörte auch der Gründer und erste Bundesführer des Stahlhelms, Franz Säte, der das Reichsarbeitsministerium übernahm. Wie ging es hier nach mit dem Reichsbanner weiter? Reichsbanner nach der sogenannten Machtergreifung hat einerseits versucht, die eigenen Verbandsstrukturen zu reorganisieren. Das heißt, es gab am 19. Februar 1933 eine Bundesgeneralversammlung, wo dem damaligen Bundesführer Karl Höltermann dann ausgewöhnlich Exekutivrechte, so hat man das genannt, zugebilligt wurden. Das heißt, es wurde versucht, die Verbandsstruktur zu straffen und auch eben die Macht der Landesverbände deutlich zu beschneiden. Das hat dann unmittelbar dazu geführt, dass sozusagen die bürgerlichen Vertreter im Reichsbanner sich sehr stark abgegrenzt haben, weil das natürlich bedeutet, dass die Macht bei der SPD-geleiteten Reichsbanner-Führung gesammelt wird. Das hat aber dann letztendlich keine Früchte mehr getragen, denn die SA hat und die NSDAP haben natürlich nicht geschlafen und haben schon am 22. Februar 1933, also noch vor dem Reichstagsbrand, und 22. Februar ist dann natürlich, wie gesagt, der Geburtstag des Reichsbanners gewesen. Also das war selbstverständlich kein Zufall, dass man das an diesem Tag gemacht hat, die SA zur Hilfspolizei ernannt und eben auch Mitglieder des Stahlhelms, aber es war vor allem SA und SS-Mitglieder. Und was diese SA-Hilfspolizei gemacht hat, war eben sehr effektiv, sehr schnell und sehr brutal, die Zivilgesellschaft zu zerschlagen, die Arbeiterparteien, die Gewerkschaften, eben auch das Reichsbanner zu vernichten, muss man sagen. Die Mitglieder, die Führungsmitglieder wurden teilweise ermordet oder in wilde KZs gesteckt oder eben mussten emigrieren, wenn sie nicht dasselbe Schicksal leiden wollten. Karl Höltermann ist dann im Mai 1933 auf verschiedenen Stationen dann emigriert, hat auch seinen Lebensabend dann in London verbracht. Otto Hörsing, der damals dann schon abgesetzt war von Karl Höltermann als auch langjähriger Bundesvorsitzender des Reichsbanners, ist dann 1937 in Berlin verstorben, eines natürlichen Todes im letzten offenen jüdischen Krankenhaus von Berlin und eben auch ganz verschiedene andere Reichsbannerführer, wie zum Beispiel Uwe Waltersprinz von Löwenstein, der Zentrummann war und in Berlin Jugendführer des Reichsbanners gewesen war. Der ist dann in die USA emigriert, nach 1945 auch in die Bundesrepublik wieder zurückkehrt und war dann langjähriger Bundestagsabgeordneter für FDP und dann später auch die CDU. Also da gibt es sehr, sehr viele Einzelbiografien, die wir hier alle natürlich ausbreiten könnten, aber ich wünsche, dafür haben wir nicht die Zeit. Dafür haben wir nicht die Zeit. Ich würde nochmal kurzwesens auf zwei eingehen wollen. Ehemalige Reichsbannermitglieder, Funktionäre sind ja nicht nur ins Exil gegangen, sondern haben teilweise auch sich aktiv am Widerstand gegen den Nationalsozialismus und gegen Hitler beteiligt. Da fällt mir Julius Leber als erstes ein, aber auch Theodor Haubach. Könnten Sie noch etwas mehr über Julius Leber und Theodor Haubach sagen? Sehr gerne. Also Julius Leber war im Lübecker Reichsbannerführend aktiv, war Alternatrieoffizier im Ersten Weltkrieg, auch mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet, hat sich während des Kaputsches gegen die Putschisten und auf Seiten der legitimen Reichsregierung gestellt, wurde auch aus diesem Grund dann aus der Armee ausgegliedert, war jemand, der auch politisch innerhalb der Sozialdemokratie ein großer Hoffnungsträger auch gewesen ist. Also Willy Brandt hat dann in einer Autobiografie oder in einer Biografie über Julius Leber später geschrieben als Vorwort, dass das jemand war, der hätte eher sozusagen den Krieg überlebt, eindeutig auch jemand gewesen wäre, der für den Bundeskanzlerposten infrage gekommen wäre. Er wurde dann ermordet vom NS-Regime, genauso auch wie Theodor Haubach, der auch eine ganz ähnliche Biografie im Ersten Weltkrieg zumindest hatte. Haubach war aber ein Mitglied der Sturmtruppen, also ein Teil der Infanterie, die auch im Ersten Weltkrieg gebildet wurden, um Angriffe auszuführen. Haubach wurde bei Verdun mehrfach auch verwundet, aber war auch jemand, der versucht hat, in literarischen, autobiografischen Texten diese Erfahrungen zu verarbeiten und sich immer sehr kritisch, aber eben auch positiv auf sein Weltkriegserlebnis bezogen hat. Also er hat immer von der Erhabenheit des Angriffes auch gesprochen und war auch jemand, der im Auge seiner Zeitgenossen sehr stark soldatische Tugenden verkörpert hat, als Sozialdemokrat. Und der Anfang der 30er Jahre auch immer heißt, wann er dann zu einer führenden Position auch gekommen ist. Lieber Sebastian Elsbach, ich danke für Ihre Ausführungen. Ich habe heute wieder einiges dazugelernt und bin mir sicher, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ebenfalls viel aus dem heutigen Podcast mitnehmen werden. Danke, dass Sie heute bei uns waren. Leider sind wir viel zu schnell für meinen Geschmack am Ende der uns zur Verfügung stehenden Zeit angekommen. Das Reichsbanner Schwarzbrot Gold war eine Massenorganisation von Veteranen des Ersten Weltkrieges, dass es sich zur Aufgabe machte, die Weimarer Republik zu schützen und zu stützen. Nach der Machtübernahme durch Nationalsozialisten sahen sich seine Mitglieder brutaler Verfolgung ausgesetzt. Einige Angehörige des aufgelösten Reichsbanners gingen ins Exil, andere in den Widerstand und zahlten für ihren mutigen Einsatz mit dem Leben. Nach dem Zusammenbruch des NS-Regimes, nach der vollkommenen Niederlage des Deutschen Reiches im Zweiten Weltkrieg im Jahr 1953, wurde der Verband als Reichsbanner Schwarzbrot Gold Bund aktiver Demokraten e.V. neu gegründet. Auch heute setzt sich der Bund für die Förderung und den Erhalt der Demokratie ein. In unserer Gegenwart erscheint diese Unterstützung notwendiger denn je. Daher möchte ich Sie, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, gerne mit einigen Worten des heutigen Bundesvorsitzenden des Reichsbanners Dr. Fritz Felgentreu entlassen, die er im Landtag Sachsen-Anhalts im Februar diesen Jahres sprach, anlässlich des 100. Geburtstags des Reichsbanners Schwarzbrot Gold. Meine Damen und Herren, die Verteidigung von Freiheit und Demokratie hört nie auf. Der Kampf nimmt in jeder neuen Epoche neue Formen an. Wir Nachgeborenen haben das unverdiente Glück, auf den Heldenmut der ersten Reichsbanner-Generation nicht angewiesen zu sein, weil unsere Demokratie tiefere Wurzeln geschlagen und mehr Widerstandsfähigkeit entwickelt hat als damals. Die Massendemonstrationen der letzten Wochen machen augenfällig, wie viele Menschen sich ohne Wenn und Aber zu ihr bekennen. Aber wiegen wir uns deswegen nicht in Sicherheit. Ungefährdet ist Demokratie niemals. Und sie hat auch schon in leuchtenderer Blüte gestanden als heute. Dass Sie hier mit uns an das erinnern, worauf es wirklich ankommt, wird. Dafür danke ich Ihnen allen von Herzen. Die Republik, sie lebe hoch. Freiheit. Sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Bleiben Sie uns weiter gewogen. Bis zum nächsten Mal bei Zugehört, dem Podcast des ZMSBW.